Wie dieser Brand entstand, dafür gibt es viele Ursachen. Es brennt aber auf dem Gelände der Bundesbahn und sie ist verpflichtet einzugreifen. Schönen Geising? Was? Wiederhole, Wäschungsbrand bei Kilometer 28,9. Gefahr eines Waldbrandes. Hast du gehört? Hallermir, du die Feuerwehr. Ich ruf die BM an. Was hatten wir gesagt? Eingreifen. Angreifen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, bis Hilfe kommt. Zimmerer WM 1, Löschlag ist schon unterwegs. Das ist gut, wir haben nur zweieinhalb Kubikmeter Wasser. WM 1, Löschlag ist schon unterwegs. WM 1, Löschlag ist schon unterwegs. WM 1, Löschlag ist schon unterwegs. Wir sind unterwegs bei Jan 2, Löschlag ist schon unterwegs. Dann kam es nun weiter hier. Unser Wasser ist gleich verbraucht. Nehmen Sie das Wasser aus dem Tender, das sind 20 Kubikmeter drin. Jawohl. Untertitelung des ZDF, 2020 Fertig! Halt, nicht so weit. Anschließen und abwarten. Hast du? Machscheln, die dir. Sehr gut. Aus! Abbauen! Da ist der Kilometerstein. Und wo meinen Sie, hat das Feuer angefangen? Da drüben. Gehen wir mal.